alles noch gut und 286 herzlich willkommen zu es ist ein script und schon zu part 156 etwas leise er ist gut ist gut sind das funktioniert nicht entscheidend ich bin kein luftattentat oder was ist hier los meine güter so so was willst du ja jetzt so und jetzt sterben so dann kommen wir ja jetzt dann stehen lauf doch mann alter feigenschweine komm mal her, du feiges schwein was ist los das ging schnell obwohl ich nicht weiß was sie mit flamingos wollen keine ahnung frag mich das die zunge eine römische delikatesse mit datteln gekocht habe ich gehört klingt abscheulich wie lange bist du schon hier draußen lange genug dass narben über meinen wunden wachsen konnten auch wenn ein paar noch schmerzen die 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 Wo bin denn jetzt noch? Meine Güte, wo willst denn du hin jetzt? Entscheide ich doch mal, was du willst jetzt. Ach, Mann. Ein bisschen Gas, mein Freund. So. Sind die auch schon da? Was ist das für ein Geräusch? Du schaltest nach den Trosten all diesen Prokodilen ab. Ruhm und Ehre für denjenigen, den sie finden und einfangen kann. Diese Pestbeulen. Sie schänden den Schein und versuchen, Sobecks Kinder wieder einzufangen. Das ist nicht sicher. Etwas leiser. Zack. Okay. Na, warte Freundchen. So. So weg. Behüte uns. So. Ist der nächste Penner, hä? Etwas leiser. Kannst gleich mal herkommen und dann kannst du auch die Klappe halten. So. So. Jetzt war mal ein bisschen selfmäßig gerade eben. Okay. Ah, hallo? Nein, was machst du bei? Egal, du sollst die hochklären. Danke, mein Freund. So. So, wir machen hier gleich eine neue Synchronisation hier mit. Dann nehme ich den Aussichtspunkt gleich mal mit, wenn wir das jetzt soweit haben. So. Okay. 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 So. Beziehungsweise suchen wir hier vielleicht. Ah, da hinten sind noch welche. Perfekt. Ist auch tot schon mal. Da hinten noch mal welche. Ihr blöden Schweine, ey. Wofür mache ich euch alle kalt? Darauf könnt ihr bitten. Was machst du? Komm doch her jetzt. Alter. Hör auf, immer auszumachen. Was willst du ausweichen, oder blöder Penner? Jetzt stirbt die ab. Gut. Sobecks Kinder können sich an römischen Knochen satt fressen. Und ich glaube, du bist Sobecks Adoptivtochter. Ja. Oh, schweig. Komm. Es gibt noch einige von den römischen Maden zu finden. Als wir uns trennten, warst du auf der Suche nach Namen. Genau. Ich habe sie. Und haben sich deine Albträume gelegt? Nein. Sie haben hier eine neue Welt des Grauens eröffnet. So. Wo ist denn loslaufen hier? Wo ist denn die schon wieder? Hier lang. Ey. Jetzt entscheide doch mal, wo du bist, ey. Oder wo du hin willst. So. Ja, die sind schon mal alle tot, die Schweine. Gut. Da wollen wir mal gucken. Na, ich finde es genial, so ein paar in dem Quest zu machen. Das finde ich einfach nur genial. Ja, hast du das jetzt mal bei? Entscheide dich doch mal, wie du rennen willst, ey. Oh, hey, Güte, ey. Sei wachsam. Die römischen Blutegel beweisen ihren Mut, indem sie Nilpferde einsperren. Okay. So. 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 Das ist ja noch super gut. Und du hast aufzulärfen, ey. Wo schießt die so ein paar noch wieder rum? Aha, hinten ist er. So. Jetzt stirbt. Okay. Dann sprich ich jetzt irgendwie. Das war das Werk eines Gottes. Es war gut, mit dir zu kämpfen. Mein Vater sagte immer, hüte dich vor einem lächelnden Krokodil. Aber ich weise Sobecks Gunst nicht ab, wenn er sie anbietet. Ich weiß aber nicht, wie lange er noch lächeln wird. Städte wie Herakle und sind eine Plage für das Land. Wir vertreiben die Götter von hier. Wir bezeugen das Ende eines Zeitalters. Ich dachte, ich wäre dir mit der finsteren Stimmung. Du hast recht, mein Bruder. Es war schön, dich zu sehen, Tahira. Mögen alle Götter mit dir sein. Und mit dir. Ich werde Sobecks Kindern ins Grüne folgen. Ich hoffe, du findest, wonach du suchst. So. Aber hier sind noch ein paar Nebendinger freigemacht, oder? Nicht. Hm. Information, okay. So. Dann machen wir jetzt das Tisch mit Informationen, da kriegen wir noch ein paar. So. Mal gucken, kann man hier was bei der Ausrüstung irgendwas machen hier? Oh, ja, geht. Mal gucken, wie es geht. Perfekt. So, das heißt, da fehlen wir jetzt, da fehlen jetzt noch je, überall noch je zwei Stück. Dann ist diese Gesundheit hierfür auch alles komplett voll. Dann haben wir eigentlich auch bald zusammen hiermit. Aber hier. Dann haben wir wieder kämpfen. Haben wir wirklich kämpfen, verdammt. Nur auch eine Weile. Wie lange kämpfe ich denn noch? Gut, dann bin ich jetzt hier im Part, wir sehen uns im nächsten Part wieder, also dann bis gleich, euer Naruto 1986, also los geht's.